Die ist Mitte Mai. FSC-Fahr, das gibt's noch, ja? Seid ihr wieder dabei? Wo geht's denn hin? Nach Polen. Ey, Jungs, wir müssen uns jetzt in einem echten System ein. Ich bin ja so scheißwöde. Warum, was hast du gemacht? Du hast gesagt, oder was? Der Progress ist durchgekreuzt. Durchgekreuzt? Was macht's? AC-DC. Es ist halt wieder ein bisschen permanent stehenbleibt. Herr Gewitz. Sag mal, darfst du sagen, dass es immer am kraften Kamerad ist? Das merkt mich so dermaßen, dass es immer an diesen Morgen ist. Man könnte halt das mit Absicht. Das ist ein so sehr, sehr, sehr schade. Tag, Herr Tag, Sie fahren. Sag mal, wo müssen wir eigentlich hin? Ähm, Physiologie. Physiologie? Ja, Physiologie halt hier, ähm, Rheumaturgie, Psychomatik, das muss ja irgendeine Station sein. Station? Du meinst es aber nicht am Ende, die Physiologie in Dade. Ja, Physiologie, Charité, Animale. Oh, wie? Animale? Das ist ja wieder ernst. Oh, Gott. Weißt du, das ist ja alles in der Dade. Das ist ja noch drei Minuten. Sag mal die Ruhe hier. Ja, komm, lass mich mal durch. Ich kenn da einen Text. Das ist ja alles in der Dade. Das ist ja alles in der Dade. Oh, vielen Dank. Kommen Sie mit. Ich muss noch rüber zum Personalrat. Ich komm da nachher. Bis gleich. Tschüss. Also, es geht los. Das ist ja alles in der Dade. Das ist ja alles in der Dade.